Diese hier zum Kauf angebotene Einzimmerwohnung befindet sich in Medebach. Die Wohnung wurde 1971 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Balkon und einen Parkplatz. Bei einer Wohnfläche von ca. 21 m² beläuft sich der Kaufpreis dieser Wohnung auf 12.000 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal.